Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch noch ein erstes Eindruck-Video allein zu den 11 neuen Warframe Augments machen. Ich habe leider in meinem Patch-Node-Video vergessen zu erwähnen, dass eigentlich das Nöscher-Augment das war, das ich von der Beschreibung her am spannendsten fand und deshalb fange ich jetzt auch mit diesem an. Also, im Endeffekt bewirkt es, dass unsere heilige Speere Statuseffekte an jeden anderen aufgespießten Gegner weitergeben. Und, also das hier ist jetzt nicht der Bild, sondern einfach nur was, was ich schon am rumtesten war. Ich muss sagen, es ist deutlich besser noch, als ich es mir vorgestellt habe. Also, wir können uns das gerne mal kurz anschauen mit ein paar verschiedenen Waffen. Und, ja. Ich habe eine Reichweite von knapp 40 Metern. Und, nur als Beispiel, sagen wir, ich mache eine Heavy Attack hier auf die Gegner. Jeder Gegner in 40 Meter Reichweite ist jetzt gerade gestorben. Das ist doch ganz nett, oder? Also, da werde ich auch ganz schnell versuchen, ein schönes Bild zusammenzubasteln. Als nächstes wären wir bei Baruch. Ich weiß, es ist hier falsch geschrieben, aber ich spreche es jetzt genauso aus. Hier haben wir das Augment Traversierende Vergeltung. Und das bewirkt, dass wir 5% mehr Attack Speed bekommen auf unsere Nahkampfwaffe und auf unseren Grid Damage. Und das Ganze stapelt sich bis zu 6 Mal, hält 6 Sekunden, skaliert mit Stärke und mit Fähigkeiten Dauer. Mein erster Eindruck an dieser Stelle ist eigentlich, dass das ziemlich schlecht ist. Weil, das können wir alles über andere Mittel bekommen. Der Attack Speed bekommen wir durch Arcana Heap. Und, zum Beispiel, der Grid Damage bekommen wir einen deutlich höheren Wert durch violette Archon Scherben. Also, an der Stelle kann ich dieses Arcana eigentlich nicht empfehlen. Wir müssen dafür halt unsere Traverse aktiv haben und die Gegner müssen durch uns durchschießen. Und eigentlich sind momentan die hauptsächlichen Baruch-Bilds entweder darauf ausgelegt, dass man durch Lull alle Gegner einschläfert und dadurch halt überhaupt keinen Schuss abbekommt. Oder halt, dass wir ein Bild haben, bei dem wir sogar die erste Fähigkeit rausnehmen. Also, gerade hier als Beispiel. Das hier war eigentlich ein Endless Lullaby-Bild, bei dem ich dann das hier drin hatte. Und hier habe ich ein Bild, bei dem ich dann einen kompletten EHP-Tank mache. Also, von daher, ich habe relativ wenig Hoffnung in dieses Augment. Gehen wir jetzt gerade mal auf das neue Chroma-Augment ein. Also, Chroma ist ja einer der Frames, den ich eigentlich am liebsten spiele. Und ich hatte mich echt auf dieses Augment gefreut, bis zu den Momenten, in denen ich es eingebaut hatte. Danach, naja, bin ich jetzt eigentlich so ein bisschen hin- und hergerissen. Gehen wir die Sachen mal Step für Step durch. Wir erleiden 50% des Schadens, den die Verbündeten erleiden würden. Also bekommen die eine Schadensreduktion von 50%, solange sie in Erfahrungsreichweite, also 40 Metern, sind. Gut. Okay, das ist nett. Kills durch das Team stellen 5% unserer Gesundheit wieder her. Okay, das ist auch nett. Über 3 Sekunden. Kann man sich nicht beschweren. Und erhöht die Dauer von Wechselrüstung um 1. Gehen wir jetzt erst auf die Problemteile ein. Das Ganze skaliert nur mit Fähigkeiten Stärke. Ihr seht's, wir haben nur unser Leben erhöht auf 16%. Der Rest ist unverändert. Und das ist meiner Meinung nach an dieser Stelle ein bisschen das Problem. 50% Schadensreduktion für das Team klingt jetzt zwar ganz nett, aber das war's auch. Es ist nett. Nichts, was ich dann irgendwie wirklich fest einplanen würde. Ich würde sogar fast sagen, wir wären nützlicher für das Team, wenn wir einen Mod reinmachen, der uns selbst mehr hilft, weil wir dadurch mehr leisten können. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Wir können die Sachen jetzt auch kurz mal nochmal durchgehen. Erhöht die Dauer von Wechselrüstung um 1 Sekunde. Wir können unsere Wechselrüstung jederzeit nachcasten. Also irrelevant. 16% der Gesundheit wird wieder hergestellt. Das ist stärker als Arcana Anmut. Also das ist schon mal gut. Wir sind vermutlich nicht drauf angewiesen, aber mehr Life-Rack ist halt geil. 50% des Schadens der Verbündeten sollte im Normalfall eigentlich kein Problem für uns sein, das zu tanken. Weil in den Bereichen, in denen man noch auf einen EHP-Tank spielt, kann Chroma im Normalfall ohne Probleme bestehen. Also von daher ist es einfach nur ein netter, kleiner Bonus für unser Team. Kommen wir doch jetzt mal zum Citrine Augment. Ich muss sagen, vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler drin. Gegner, die durch Kristallinenwachstum getötet wurden, geraten ins Taumeln. Die sollten tot sein. Aber darum geht es nicht. Das ist einfach nur falsch gelabelt. Auch im Englischen. Es geht darum, dass wenn wir einen Gegner töten, der Effekt auf alle Gegner im Umkreis von 16 Meter übertragen werden. Und die Gegner, die dann vom Kristallisieren getroffen werden, die geraten ins Taumeln. Ich meine, da kann man selbst drauf kommen. Aber es ist hier einfach falsch geschrieben. Das Schöne ist, das skaliert mit Fähigkeiten Reichweite. Und ich habe hier gerade einfach den Mod reingemacht, ohne groß zu schauen. 37,6 Meter. Und das ist halt schon wirklich am Rande eine ganz nette Sache. Also, wenn man ein Bild spielen möchte, der auf der Ulti aufbaut, kann man das wirklich so ganz gescheit machen. Ich töte jetzt hier den Gegner. Und wir sehen, der hier hat jetzt den Kristall bekommen. Auch die hier. Aber die können immer noch rumlaufen und sind nicht komplett in der Kristallform gefangen. Was man auch gerade sieht, die Gegner, die schon einen Kristall haben, die werden auch nicht mehr neu gestaggert. Also, alles in allem, ja, das hier kann jetzt Sinn machen, meiner Meinung nach. Also, so ein Kristallbild. Vielleicht nicht das Beste, aber das Augment ist auf jeden Fall für solche Spieler mehr als geeignet. Auch das Collervo Augment, muss ich sagen, ist für eine bestimmte Spielweise gedacht. Aber da ist das Augment vermutlich wirklich klasse. Zorn von Ukko bewirkt, dass die Ulti dahin teleportiert wird, wo wir uns selbst mit der 1 hin teleportieren. Und die Dauer wird um 6 Sekunden erhöht. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Dann seht ihr direkt, das skaliert mit Fähigkeiten Dauer und wir haben 9,3 Sekunden zusätzliche Dauer. Dann machen wir das Ganze doch einmal ganz kurz. Sagen wir, wir kasten das hier unten hin. Hier ist nichts, dann kasten wir das in die Gegner rein. Und wir sehen, dass die Dolche jetzt hier runterkommen. Ja, das ist nett. Und gleichzeitig wird die Fähigkeit immer nur nochmal bis zum Anschlag refreshed. Bis zu den 23 Sekunden, die ich eh schon drin hatte. Gut, also alles in allem. Nettes kleines Augment. Und damit können wir unsere Ulti die ganze Zeit aktiv halten. Also wirklich nicht verkehrt. So, kommen wir zum Lavos Augment. Lavos wer? Das Augment ist sehr... Also das hier ist das Augment. Wenn wir eine Fähigkeit aktivieren, bekommen wir das Element, das die Fähigkeit auslöst, als Bonus-Elementarschaden für unsere Waffe mit garantiertem Statuseffekt. Und das skaliert scheinbar mit nichts. An der Stelle muss man wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel die 1 mit der 4 kombiniere, habe ich Gas gespeichert, aktiviere die 1 und ihr seht es oben. 200% Gasschaden für 20 Sekunden. Ja, das war's. Also persönlich empfinde ich das als absolut unspektakulär. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich würde Lavos jetzt nicht unbedingt mit einem Waffenbild spielen. Also in meinem letzten Guide habe ich ja auch einen kompletten Fähigkeiten-Spam-Bild gemacht. Da hatte ich nicht mal eine Sekunde Zeit, eine Waffe zu benutzen. Also, naja, wenn es einem gefällt, kann man es natürlich benutzen. Aber mein erster Eindruck ist hier wirklich, da werde ich einen Bogen drum machen. So, jetzt wären wir beim Loki-Augment. Ich muss sagen, da tue ich mir jetzt wirklich schwer, rauszufinden, wie dieses Augment funktioniert oder ob es wirklich gut ist. Eskaliert mit Fähigkeiten Stärke und Reichweite. Also, der Köder wird halt stärker oder hält mehr aus, umso mehr Reichweite wir haben, weil wir dann Leben und Schilde absorbieren. Und gleichzeitig wird der Schaden erhöht mit Fähigkeiten Stärke. Ich würde behaupten, es funktioniert anders, als man sich das vorstellt, weil ich caste das jetzt zum Beispiel auf einen Gegner drauf und der Original-Gegner wird jetzt einfach mit diesem Decoy überschrieben. Das bedeutet, der würde immer noch auf uns losgehen und uns angreifen. Aber gleichzeitig greifen auch die anderen Gegner ihn an. Und hier drüben ist dann absolut Rampage. Ist das jetzt gut oder nicht? Darüber lässt sich jetzt streiten. Also, im Endeffekt haben wir einfach nur ein schlechteres Decoy von, äh, Mind-Control von Nyx. Ich weiß nicht. Also, ist ein bisschen strange, aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht unter Umständen da was draus machen könnte. Hm, komisches Ding. Als nächstes gehen wir auf das Neides-Augment ein. Und das geht relativ flott. Interessant ist, Paracetäre Vitalität bewirkt, dass wir 4% maximale Gesundheit pro Mutationsstapel bekommen. Und überlegen wir gerade mal kurz. Ähm, wir haben da so ein Augment, reichliche Mutationen. Da haben wir 300 Stapel. Hm, das klingt doch mal gar nicht so schlecht. Aber, zwei Sachen. Nummer 1, es beißt sich mit Vitalität. Man kann nicht beide Mods gleichzeitig reinmachen. Nummer 2, alle Verbündete, die Nyx mit Paracetäre Verbindung an sich bindet, erhalten 4%. Wir casten unsere 3 Paracetäre Verbindungen auf Gegner, damit wir 90% Schadensreduktion bekommen. Das ist massivst besser als mehr Leben. Also, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Schauen wir uns jetzt mal noch das Dörrnachs Augment an. Ich muss sagen, für mich fühlt es sich wirklich schlecht an. Es liest sich auch ein bisschen seltsam. Ein paar Phantome erscheinen. Es ist wirklich ein paar gemeint, also zwei. Und werfen Speere, die einen Vortex erzeugen. Mini-Vauben-Vortex. Und wenn Gegner direkt aufgespießt wird, wird die Dauer um 5 Sekunden erhöht. Das Ganze skaliert mit Fähigkeiten Dauer. Könnt ihr hier unten sehen. Vortex-Dauer 7,75 anstelle von 5. Und ich kann jetzt gerade einmal einen Vortex hier vorne hin platzieren. Ihr seht's. Das ist der Mini-Vortex. Hat, glaube ich, sogar die gleiche Animation wie... ...Vauben gerade gehabt. Also ich glaube wirklich genau die gleiche Animation. Jetzt habe ich einen Gegner direkt getroffen. Ich muss sagen, das fällt mir hier an der Stelle öfters mal ein bisschen schwer. Irgendwie finde ich, spielt es sich ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Ja, die Frage ist halt, braucht man das? Naja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde das wirklich nicht besonders prickelnd, aber ich kann verstehen, wenn man es reinmacht. Also wenn man viel D1 zum Groupen benutzt, dann sollte dieses Teil eigentlich wirklich ziemlich gut sein. Wenn man D1 nur hin und wieder mal verwendet, dann könnt ihr euch auch den Speer sparen. Da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Wir haben ein Augment nur für Excalibur Umbra. Aber ist auch klar, warum. Anstelle von den Umbra-Modus zu fixen, also in den Operator zu wechseln, hat sich der eh gedacht, komm, wir deaktivieren einfach dann den Frame. Also für alle, die es nicht wissen, wenn man in den Operator rein wechselt, dann werden alle Fähigkeiten gecancelt, die der Frame gerade anhat. Also alle Toggle-Fähigkeiten, was auch immer, wird alles einfach deaktiviert. Es wäre in Ordnung, wenn es pausiert werden würde, wenn man danach wieder zurück in den Frame wechselt und es dann erst weiterläuft. Es wäre auch okay, wenn der Timer weiterläuft und die Fähigkeit erst aktiv weitergeht, wenn man zurück wechselt. Aber dass die Fähigkeit einfach gecancelt wird, geht einfach gar nicht. Aber der E hat sich jetzt einfach gedacht, komm, wir machen einfach ein Exilus-Mod, bei dem wir 15% Stärke geben und dann diesen Unabhängigkeits-Modus, Umbra-Modus, wie auch immer, deaktivieren. Ja. Nein. Dafür haben wir keinen Platz in Excalibur. So, als letztes hätten wir dann hier das Jarelli-Augment. Ich muss sagen, das war auch eins der Augments. Ich konnte es nicht einschätzen, ist es gut oder nicht, aber ich hatte so sehr gehofft, dass es gut wird. Es ist ein Merolina-Augment und das ist direkt schon das erste Problem. Das neue Augment, Loyale Merolina, bewirkt, dass wir Merolina nicht länger reiten, sondern das Ganze wie ein kleines Zusatzpad die ganze Zeit neben uns herfährt und automatisch die Seefallen castet. Also an sich klingt das mega geil. Also ich hasse es, auf der Merolina zu reiten. Das ist für mich K-Drive und fühlt sich super unangenehm an. Also das ist einfach nicht mein Fall. Und man kann leider keine zwei Merolina-Augments gleichzeitig reinmachen. So, wo ist das Problem? Ich hatte so sehr gehofft, dass es gut ist. Ich habe mich schon darauf gefreut, ausprobiert. Und sobald wir das drin haben und nicht mehr Merolina reiten, können wir Merolina auch nicht mehr durch Düsternis heilen. Schade, wirklich schade, weil gerade diese Synergie Düsternis, die Merolina-Wächter geheilt hat, also Merolina, hat bewirkt, dass wir permanent auf unserem Merolina-K-Drive bleiben konnten und dadurch tanky geworden sind. Das ist jetzt leider komplett verloren gegangen. Sehr, sehr schade. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Die Schadensreduktion ist noch da. Funktioniert noch alles ansonsten. Vielleicht könnte man irgendwie einen Tank-Bild daraus basteln. Aber an sich, ohne das Heilen durch Düsternis, stirbt Merolina eigentlich zu schnell. Jetzt kann man sagen, wenn man noch mehr die Fähigkeiten stärker erhöht und durch Düsternis noch einen höheren Slow hat, dann könnte man dadurch die Gegner halt so stark slowen, dass sie nicht groß dazu kommen, den Wächter anzugreifen. Also Merolina-Wächter. Sorry, loyale Merolina. Naja. Hat halt nicht so geklappt, wie er hofft, aber ist, wie es ist. Trotzdem zeige ich es euch einmal gerade noch. Hier ist mein Merolina-Wächter. Blitzt jetzt hier selbstständig rum und versetzt Gegner in die Schwebe. An sich eine coole Sache. Lassen wir uns mal angreifen. Oh, und schon ist der Wächter down. Und hier sieht man es gerade, nichts mehr mit heilen. Schade, wie gesagt. Man kann jetzt natürlich überlegen, einen anderen Bild zu basteln, aber ich bezweifle es doch sehr stark, dass das Ganze auch nur im Ansatz hier irgendwie mithalten kann. Damit wären wir jetzt einmal alle elf neuen Augments durchgegangen. Ich meine, die überarbeiteten Inaros Augments sind nochmal eine Kategorie für sich selbst. Die kommen im Inaros Guide dran. Und allgemein kann ich sagen, dass ein paar nette Augments dabei sind, die man gut mal verwenden kann. Ich denke da gerade an Colervo und an Citrine. Und ein Augment, das mich wirklich überrascht hat, also dass es wirklich so stark ist. Und das wäre das Nasher Augment. An der Stelle will ich gerade noch anmerken, dass gerade eben ein Hotfix kam. Und ja, das Chroma Augment wurde sogar noch genervt. Das, von dem ich so begeistert gerade eben war. Vorher hat es anscheinend eine unbegrenzte Dauer gehabt, die es hochstacken konnte. Jetzt hat es eine fixe Dauer, die es maximal haben kann. Bei einer Fähigkeit, die wir jederzeit recasten können, ist das natürlich super dramatisch, wenn es eine hohe Dauer hat. Naja, also alles in allem hoffe ich, konnte ich euch hiermit einen guten Überblick über die neuen Augments geben. Das war halt erster Eindruck. Das heißt, vielleicht gibt es da noch versteckte Synergien. Aber gerade, dass ich euch das Nasher Augment zeigen konnte, war mir wirklich wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und Like da. Und bis zum nächsten Mal.